jetzt so das ist noch mal das andere also wie ihr sehen könnt 9 euro 90 von angeblich 29 90 aber ich sag mal so leute 9 euro 90 kann man mal ausgeben und ich muss sagen der teil hat mich überrascht ich finde es cool wahrscheinlich braucht er noch ein paar mehr aber wie gesagt zum werfen würde ich es gar nicht nehmen aber in die hosentasche passt das teil auch nicht also wie sie nicht ob badminton stapel von den dinger mit sich rumschleppt glaube ich kaum gut jetzt aber schiss leute